Klappe die zweite. Ja, wir versuchen es nochmal. Wir haben gerade alles aufgezeichnet. Wir haben alles aufgenommen und haben vergessen, hier auf Aufnehmen zu drücken. Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP-News. Ja, Leute, neuer Tag, neue News, XRP-News, XRP-Deutschland. Die Familie ist heute wieder mal an diesem grünen Tag vereint. Und zwar haben wir die 55.000 erreicht gehabt. Gestern die 57.000 erreicht gehabt. Heute 58,7 haben wir erreicht. Wo geht die Reise noch hin? Abgesehen davon, XRP, unser Liebling, grün, 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 alles ist grün. Macht Spaß, sich das anzuschauen. Wir schauen uns an. Amazon mit XRP zusammen, mit Whipple zusammen. Schauen wir uns an. Indien, abgesehen davon. Die SEC hat wieder mal angeklopft an unsere Tür. Was ist da los? Wie geht es weiter? Dies und vieles mehr in diesem Video. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen, schauen wir uns das Video von Anfang bis Ende an. Drücken auf Gefällt mir. In diesem Sinne, rein in die Olga. So, Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu BitWaWO. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. Wir reden auf jeden Fall darüber, dass Luis hier mit dem Fiemerzug marschiert ist und den Vogel mit Olga abgeschossen hat. Darüber sprechen wir gleich. Bleibt auf jeden Fall dran, aber wir schauen uns erstmal die geilen Kurse an. Was ist denn hier los? Ja, Sinan, was ist hier los? Sinan, das ist wirklich unglaublich. Bitcoin über 58.000, nachdem wir gestern schon 57.000 Dollar erreicht haben. Wir sind fast in All-Time-High-Bereichen. Also wirklich. Und das vor dem Halving. Also unglaublich, was hier passiert. Vor dem Halving. Es werden noch richtig geile Kurse kommen. Das ist erst, sag ich mal, die Sahne, die auf der Torte geschlagen wird und drauf platziert wird. Und die Kirsche kommt noch drauf, Leute. Die Kirsche wird noch drauf kommen. Das sind nicht die Preise, die wir erwarten. Wir erwarten viel höhere Preise. Aber macht auf jeden Fall Spaß, morgens auf sein Portfolio zu schauen, wenn es so weiter geht. Lasst euch trotzdem von den Emotionen jetzt nicht leiden. Das wäre definitiv komplett gesund für den Markt, wenn wir jetzt bald mal wieder einen Rücksetzer sehen würden, eine Korrektur. Ich hoffe auf jeden Fall drauf. Bleibt natürlich spannend, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht. Ob wir jetzt noch die 60.000 vorher knacken. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine starke Linie, die wir erstmal durchbrechen müssen. Und wie gesagt, ich hoffe auf einen kleinen Rücksetzer nochmal vorher. Aber selbst XRP-Sinan, auch gestern, als einzige Kryptowährung gut gestiegen. Nicht nur stehen geblieben, sondern als einzige Kryptowährung. Auch mal interessant. Immer wieder. Also gestern Abend, alle anderen sind, sag ich mal, ein bisschen runtergegangen mit ihren Preisen. Und XRP ist stets weiter so Schritt für Schritt hochgegangen. Und jetzt, es ist nun mal so, XRP wird wahrscheinlich eventuell jetzt ein bisschen runtergehen. Und dann werden natürlich wieder alle mit dem Finger zeigen, ah, habt ihr gesehen? Alle am Steigen außer XRP. Aber keiner spricht darüber, dass gestern Abend nur XRP gestiegen ist und die anderen nicht gestiegen sind. Das ist nun mal, ja, was soll ich sagen? Das sind nun mal die Menschen, ne? Die sehen nur das, was die in diesem Moment sehen wollen oder sehen. Genau. Und abgesehen davon, wir erwähnen es ja mal wieder, interessieren uns die Kurse aktuell bei XRP auch nicht. Wir investieren bei diesem Projekt in die Zukunft. Wir wollen wirklich in Anwendung investieren. Und das dauert einfach noch. Und deswegen, wir haben andere Projekte, wo wir auf Hype setzen. Und da wirklich auf Anwendung werden. Ja, da können wir uns gleich übrigens noch was anschauen. Ich habe da noch etwas, worüber wir schon mal gesprochen hatten. Und das Pre-Sale ist fast zu Ende. Aber schauen wir uns auch am Ende an. Alles am Ende. Aber was haben wir denn zu der SEC? Zu der SEC, da geht es auf jeden Fall weiter. Und was ist da im Busch? Und hier haben wir Breaking News. Und zwar die US-Börsenaufsicht. SEC fordert Richter Torres auf, die Fristen für die Besprechung von Rechtsmitteln im Fall Ripple zu verlängern. Also soll die ganze Geschichte hier weitergehen. Ich meine, es war ja klar, es ist die ganze Vergangenheit genauso vonstatten gegangen, dass wir durchgehend Verlängerungen hatten. Ist ja auch klar bei so einem Riesenfall. Aber nachdem Ripple alle Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit Rechtsmitteln erfüllt hat, hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Verlängerung der Frist für das Briefing im Zusammenhang mit Rechtsmitteln beantragt. Und dies lässt die XRP-Community länger auf XRP-Details warten und löst gleichzeitig Spekulationen über Vergleichsverhandlungen zwischen Ripple und der SEC aus. Also es ist hier dann auch jetzt schon wieder, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon Spekulationen für Vergleichsverhandlungen hatten. Es wird natürlich immer spannender, aber ich denke wirklich, wir werden ab dem 13.07.2024, also genau ein Jahr später, nachdem XRP den Teilsieg von der SEC errungen hat, ab da glaube ich erst weitere Siege sehen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir warten erstmal auf den Halving und ich glaube, nach dem Halving, man sagt ja, eine Woche nach dem Halving ist auf jeden Fall ein Termin angesetzt worden. Vielleicht hoffentlich kriegen wir toi, toi, toi. Bis dahin denke ich mal einen Vergleich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ein Settlement bis dahin stattfindet, Leute. Und die SEC hat jetzt gesehen, weißt du was, bei Ripple so langsam die Wunden heilen und die Leute sind auf jeden Fall positiv langsamer, was XRP angeht. Und dann dachten die, ey, da klopfen wir wieder mal an, ne? Da klopfen wir wieder mal an der Tür von Ripple und machen mal du, du, du wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre das alles geplant. Das kann nicht anders sein, das kann nicht sein. Leute, setzen wir jetzt Aluhüte auf. Ich bin auch, es ist wirklich, wie ich es Ihnen dann gesagt habe, ich kann es mir auch mittlerweile nicht mehr anders vorstellen, als wenn es so geplant ist, dass wirklich das auch Ripple gut findet, wenn es noch ein bisschen in die Länge gezogen wird. Jetzt umso mehr Leute aus diesem Projekt aussteigen, die Schnauze voll haben. Wir sehen es auch in den Kommentaren. Wirklich, die ganzen Kleinanleger interessieren sich nicht mehr für das Projekt. Großanleger, Institutionen, große Banken verpartnern sich immer mehr und bauen das Ökosystem im Hintergrund auf. Also wirklich, die Leute, die sich damit auseinandersetzen, wissen ja Bescheid. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Anzeichen dafür, dass es eigentlich so soll. Nächste in der Finanzwelt ist Zufall, Sinan. Und ja, bleibt auf jeden Fall spannend, wie es dieses Jahr jetzt weitergeht. Wenn ich das schon lese, Luis, die SEC fordert die Richterin auf, für Änderungen, wie fordert und sowas alles. Die können auch machen, was sie wollen. Ja, es ist immer noch ein Regierungsorgan, muss man dazu auch noch sagen. Es ist ein Riesenfall, wo es um wahnsinnig viele Gelder geht und das funktioniert nicht von heute auf morgen. Das dauert manchmal mehrere Jahre und ja, so ist es halt einfach. Hier haben wir noch einen weiteren Punkt, der unglaublich interessant ist und ein Rex-Experte sagt, dass dieses Briefing über das sumarische Urteil für Ripple von entscheidender Bedeutung sein wird. Also ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Ripple und der Pro-XRP-Anwalt Fred Rispoli. Du hast ihn ja nicht, mein Onkel. Ja, ich habe auch das Gefühl irgendwie, dein Onkel, wie heißt der nochmal? Johnny Deaton, meinst du? Johnny Deaton, genau. Der will ja jetzt eventuell Präsident werden oder Gouverneur werden in Amerika und seitdem der das wirklich durchzieht, gibt es keine XRP-News mehr von denen. Irgendwie ist der jetzt nur noch mit den Anzugträger unterwegs und kennt uns die normale Community nicht mehr. Irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht von denen. Ich finde es immer generell kurios, wir haben ja gestern auch darüber berichtet, alle Leute, die mit XRP was zu tun haben. Ich meine, Johnny Deaton ist nicht im speziellen Team jetzt von Ripple, aber die bei Ripple arbeiten, jetzt viele in der Regierung sitzen, andersrum genauso, die die Verbindungen auch mal sehr interessant sind. Aber hier nochmal in einem gestrigen Tweet, wie ist Anwalt Rispoli darauf hin, dass das sumarische Urteilsbriefing in der Zakhinov-Lage für Ripple kritisch sein wird. Genau wie der Fall der SEC. Der Experte schlug vor, dass das Briefing über das sumarische Urteil entscheidend sein könnte, um festzustellen, ob das endgültige Urteil zugunst von Ripple ausfallen würde. Es ist erwähnenswert, dass das sumarische Urteil in der Rechtssache SEC vs. Ripple auch eine große Rolle spielt. Bei der Entscheidung von Richterin Annalisa Torres im Juli erklärte Richterin Torres, dass die programmatischen Verkäufe und andere Ausschüttungen von XRP durch Ripple keine Investitionsverträge darstellen. Wie wir vorhin auch gesagt haben, am 13. Juli 2023, wo Ripple den Teilsieg gekriegt hat und XRP kein Wertpapier mehr ist. So, dann haben wir heute Morgen auf jeden Fall das gesehen, was sehr interessant ist. Und jetzt gibt es natürlich Spekulationen darüber, dass da vielleicht doch Ripple-Technologie hinter ist, Luis. Ja, wir haben viele Nachrichten ins Postfach geflattert bekommen. Und zwar Amazon Pay erhält die Payment-Aggregator-Lizenz der RBI, also der Zentralbank von Indien. Und was die Lizenz bedeutet und Amazons Dankschreiben an die RBI. Ja, wie Sina schon gesagt hat, viele vermuten jetzt eine Verbindung zu Ripple, da sehr, sehr viele Banken in Indien, sag ich mal, mit Ripple gepartnert sind. Und wenn wir uns diese News hier nochmal anschauen, oder wie gesagt, diese Fallstudie, dass Amazon Rep Service Partnerprofil mit Ripple, wo die ganze Technologie hier nochmal erklärt wird, ist es auf jeden Fall interessant. Nur ich habe keine genauen Informationen darüber, dass Amazon Pay irgendwelche Partnerschaften oder Verbindungen zu Ripple hat. Muss man natürlich in Zukunft gucken, wie gesagt, Amazon Rep Service hat hier eine Fallstudie, hat Verbindungen, aber Amazon Pay meiner Meinung nach nicht. Deswegen erstmal hier sind alles nur Gerüchte. Wir werden das natürlich weiterhin für euch beobachten und sagen euch natürlich Bescheid, wenn wir neue Informationen darüber haben. Amazon mit Ripple-Technologie. Amazon wird sowieso am Ende des Tages unsere Technologie benutzen, so ist das nicht. Denn Amazon selbst und Ripple sitzen immer wieder zusammen an einem Tisch. Wir wissen auch, dass sie zusammen letztes Jahr sehr viele Wettbewerbe gemacht haben. Die waren zusammen auch in einer Jury, haben da für CBDCs und, 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 haben da einiges zusammen geleistet. Und die Freundschaft zwischen Amazon und Ripple ist auf jeden Fall vorhanden, Leute. Macht euch desbezüglich auf jeden Fall keine Sorgen. Das wird am Ende des Jahres. Es bleibt spannend, wie gesagt, muss man halt sehen, wie es dann weitergeht. Ich habe jetzt da noch nicht viel gehört, aber wir müssen schauen, gucken auf jeden Fall. Darüber müssen wir auch sprechen, Green Bitcoin. Um Green, über Green Bitcoin haben wir schon mal gesprochen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir euch das vorgestellt hatten, weil einige von unserer Community da rein investiert haben. Wir haben uns das natürlich detailliert für euch angeschaut gehabt. Und Green Bitcoin geht anscheinend in die nächste Runde. Es sind noch vier Tage, bis der Pre-Sale, sag ich mal, erhöht wird. Und wir wollten jetzt noch am Ende nochmal darüber sprechen, weil viele von euch, wie gesagt, da rein investiert haben. Ja, der Pre-Sale läuft aktuell noch vier Tage, 15 Stunden bis zur nächsten Preiserhöhung. Also auch hier nochmal sehr interessant. Man kriegt anscheinend für ein USDT zwei grünen Bitcoins zurzeit. Ja, und das Projekt Green Bitcoin nutzt Blockchain-Technologie, um einen nachhaltigen Ansatz für Kryptowährungen zu fördern. Und durch das sogenannte Green Staking können Nutzer ihre digitalen Assets einsetzen, um einen Gegenzug Belohnung zu erhalten. Das sogenannte Green Staking können Nutzer ihre digitalen Assets einsetzen, um einen Gegenzug Belohnung zu erhalten, die dann in Umweltprojekte verwendet werden. Also hier nochmal einen moralischen Aspekt, der sehr interessant ist, vielleicht auch einen großen Hype zu generieren in der Community. Wurde schon in einiger Seiten vorgestellt, wie ich hier sehe, Luis. Auch ganz wichtig. Wir sagen es ja immer wieder, gerade bei so kleinen Projekten, brauchen wir Hype, brauchen wir Community. Und wir gucken uns gleich nochmal die Twitter-Seite an. Hier haben wir die Vorstellung von Bitcoinist, News Bitcoin, Krypto-News und so weiter. Also großen Krypto-News-Seiten. Um nochmal auf das Projekt einzugehen, es ist eine Art, die Kryptowelten mit ökologischen Engagement zu verbinden, indem Investitionen in Kryptowährungen direkt zur Unterstützung von Umweltschutzinitiativen beitragen. Und der Ansatz zielt darauf ab, einen ökologischen, verantwortlichen Umgang in der sonst energieintensiven Krypto-Industrie zu fördern. Dann haben wir die Tokenomics-Szenen an. 40 Prozent gehen für den Pre-Sale raus. Das Staking-Rewards sind bei 27,5 Prozent, Community-Rewards 5, Liquidity 10 und das Marketing 17,5 Prozent. Was ich auch unglaublich wichtig finde, dass gerade so kleine Projekte so viel Geld ins Marketing reinhauen. Wie gesagt, wir müssen da mehr auf Hype setzen. Es ist immer wichtig. Als Disclaimer müssen wir immer sagen, es ist kein Projekt, was jetzt schon wie Ripple oder mit Ripple vergleichbar ist. Es ist ein kleines Projekt, was sehr riskant ist in beiden Richtungen. Und ja, müssen wir natürlich schauen. Ich muss auch dazu gesagt haben, wir haben natürlich ChatGPT auch gefragt. Er soll uns sagen, ist das ein Meme-Coin, ist das kein Meme-Coin? Irgendwie ChatGPT konnte uns das nicht sagen, Leute. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall selber schauen. Ich wollte noch vorab auch noch gesagt haben, Leute, bitte, 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 ich sage es immer wieder. Irgendwann mal auch Gewinne realisieren oder wenigstens euren Einsatz rausziehen. Es ist auf jeden Fall wichtig. Solche Projekte, wir haben es in der Vergangenheit gesehen, gehen nicht bis zum Mond, Mars, was weiß ich. Klar, kann das vielleicht irgendwann mal passieren, aber am meisten gibt es dann irgendwann mal Abverkauf. Auch das Team will Gewinne realisieren. Auch Investoren wollen irgendwann mal ihre Gelder wieder zurück und, und, und. Und dann gibt es irgendwann mal einen Abverkauf. Genau, das kann man nicht mit großen Use-Case-Projekten vergleichen, sondern wie es dir dann gesagt hat, wenn man gute Gewinne gemacht hat, rausziehen. Luis, jetzt sprechen wir mal über eine andere Sache, was auch wichtig ist. Und zwar folgendes. Ich habe ja gestern das Video geschnitten gehabt, okay? Dann habe ich aus dem Fenster geschaut. Dann warst du da mit so einem grünen Anzug, wirklich grün. Hattest hier eine Machette und so, war richtig komisch. Hattest, keine Ahnung, was der anhatte. Olga neben dir. Und dann seid ihr mit dem Spielmanzug hier irgendwie marschiert. Und ich frage mich, seit wann du trommeln kannst, ne? Also du hast dann irgendwie getrommelt. Ja, Trommelsolo, ja, Olga war am Flöten, das war wild, ja. Aber wie ist das dann abgelaufen? Hast du den Vogel abgeschossen? Ja, für den kompletten Vogel hat es leider nicht gereicht, Zina. Ich meine, Olga, die war sehr enttäuscht, aber, ja. Aber bist du denn ein anderer König geworden an diesen Tagen? Ja, Jubelkönig. Jubelkönig bist du geworden? Ja, letztes Jahr war der Scheibenkönig, diesmal war der Jubelkönig. Vielleicht reicht es nächstes Jahr für den Vogel, Luis. Und ich habe auch gehört, dass Olga eine richtig geile Scharfschützin ist, ne? Ja, das sage ich dir. Die trifft alles. Ich habe letztens gesehen, als du da ein bisschen gekleckert hast, wie sie ihre Schlappe auf deinen Hinterkopf schießt, ne? Sie war ganz gut dabei und ich kann mir vorstellen. Du hast eine dicke Orlasche. Ja, auf jeden Fall, Leute. Das war auf jeden Fall unser Schützenfest. Ich würde einfach mal sagen, Leute, um uns zwei und vor allem die Community zu unterstützen, bitte abonniert diesen Kanal, denn wir gehen langsam und sicher auf die 14.000, 15.000 zu. 15.000 ist unser Ziel. 15.000 müssen wir jetzt bis zum Sommer eventuell erreichen. Wir drücken uns allen selber auch die Daumen, dass wir die 15.000 erreichen, Leute. Abonniert diesen Kanal. Drückt auf Gefällt mir. Ja, schreibt in den Kommentaren, was ihr zu den ganzen News sagt. Ähm, was sagt ihr zu Amazon? Wir können uns da auch mal erst den ganzen News diskutieren. Genau. Werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite. Wie wir es schon mal haben. Like den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sinan-Luis-Bu-Doppelset sagt von Herzen Dank.